Der kleine Hubert möchte aus dem Kinderparadio gucken. Er sitzt auf dem kleinen blauen Hocker. Auf den ganz kleinen Stühlen. Glatlos. Süß. Ganz schön gemacht. Hier wird auch mal getrennt. Gleich für die Kinder. Ich habe hier unseren Kitzklub. Mit der Sophie, unserer Kitzklubbetreuerin, bei Kitzklub vorbei soll. Sie würde sich freuen, wenn ihr noch ein paar Kinder schicken könntet. Herbststegen liegen ja vor der Tür quasi. Vielleicht möchte jemand noch kurzfristig kommen. Ansonsten noch eine kleine Info. Die Kinder werden nie ab 3 Jahren betreuen. Wenn ein Kind jetzt da drüber ist, noch 2,5 oder mit morgen 3, muss ich die ersten Kinder nicht ab 3 Jahren. Die Kinder sind gut. Die Kinder sind gut. Das ist noch Babyalter. Die Kinder sind gut. Die Kinder sind gut. Die Kinder sind gut. Das ist schon Kitzklub, da fängt es sehr gut. Die Kinder sind gut. Vielen Dank.